Hallöchen, ihr war draußen und da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Crazy Machines Nummer 3 und wir spielen weiter, wir spielen Level 10, Fässer transportieren letzte Folge war ja dann mit der Spieluhr die Einführung und das Fass muss da rein, alles klar und wieder mit Zahnrädern und mit einer Falltür, öffnet sich wenn der Knopf gedrückt wird oder wenn Knopf gedrückt, so. Gucken wir mal, was passiert erstmal, alles klar, da kommt ein Fass runter und da fällt ein Brett runter nützliche Zahnradgetriebe fest, ah das ist auch ein elektrischer Motor, ah ok also du kannst ihn doch nicht hinstellen Ah, ich glaube ich denke wofür das ist hier oder? Gucken wir mal ob es so gemein ist ob es so gemein ist ach so geht´s aber, das reicht doch nicht, da muss noch ein Stückchen weiter Höhe Ah, da war zu weit? Vielleicht so? Reicht das? mHm, nein das reicht auch noch nicht so vielleicht naja, das ist schon wieder zu schwach Schwach Da geht es nicht mehr Das reicht nicht Da muss ein bisschen anders, da muss irgendwie anders gemacht werden hier Was ist denn, ah warte mal Kann ich den nicht einfach, haha warte Kann ich den nicht einfach hier rübersetzen So Das geht ja gar nicht, der fällt ja runter Scheiße Geht auch nicht Da muss, ich glaube direkt da Ah jetzt So geht es, alles klar So geht es Nein, 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 zu langsam Scheiße Ach ja, da muss er da hoch Ha, vielleicht schon hier früher Da muss ich schneller Jetzt, oder? Ja, nein Was ist denn dein Problem Toll, jetzt geht es nicht mehr Ja Äh 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 Hm Oh, Elektromotoren im Einsatz Okay Okay Das dann haben wir mehrmals auf dem Metallblock schlagen Also den hier Mit ein paar Zahnrädern Mal wieder Alle drehen sich Alle drehen sich Wenn da überhaupt Wenn da überhaupt eins zwischen geht Das kommt ja auch noch dabei Das sieht mich nicht so aus Als ob da irgendwo eins zwischen geht Ich glaube nämlich, man muss mit einem kleinen hier anfangen Soll das gewesen sein? Kann ich mir nicht vorstellen Verlangen Verdammt Ach, der ist fest I I Der ist so fest Hm Da muss ich mit dem arbeiten Mit dem Gelben, ne Dann muss ich das entweder So Alter, ich hasse das Da könnte man rein Aber hier kann ja sowieso das Gelbe hin Da Da Und hier kann dann rote hin So Aber das Problem ist Das wird sich nicht drehen Denn ich komme Jetzt komme ich dann neben dran Aber das bringt mir nicht viel Oder ich könnte dann neben irgendwie dran kommen So wahrscheinlich Ja War klar War mir aber auch nichts bringt Oder das kacktige Festes Hm Wahrscheinlich Muss ich Wohl an dem oder an dem Also gehe ich mal von aus Ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie Wenn wir den hier zu drehen kriege Also diesen, ne Da passt was dran So Und dann Wie soll da was dran passen Daran gehen Gar nicht Das heißt Entweder muss ich Da Ne Da passt doch gar nichts dran Da 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 passt doch Ah Da Ha Geil Da So geht's Sehr schön Na ja Ist manchmal ein bisschen knifflig So Dann kommen jetzt goldene Zahnräder Ein bisschen knifflig auf jeden Fall immer Mit den Zahnrädern Aber Coole Sache Finde ich immer geil Okay Wir müssen Hör ich jetzt sagen Scheiße habe ich jetzt nicht gesehen Was müssen wir machen Bring das kleine goldene Zahnräder in den Wagen Okay Die sind wohl nicht fest Gehe ich mal stark von aus Was passiert denn die überhaupt Da Okay Drehendes Zahnrad Lassen wir mal raten Oh wieso nicht Ich denke mal hier müssen wir bestimmt irgendwo dran machen Damit der kippt Genau Der kippt das um Da fährt ein Reifen Und da geht der Motor an Alles klar Hier ist der Motor jetzt an Dann gehen wir mal gucken Dann müssen wir sehr wahrscheinlich hier irgendwie Das da durchbringen So hoch Aber da müssen wir erstmal hin Da oben Ich würde ja fast sagen Wir nehmen uns so eine Geht jetzt natürlich gerade nicht Weil wir müssen jetzt hier noch eins dran machen So Mal gucken ob das funktioniert Ich weiß nicht ob das da oben funktioniert Nein Schade Verlappt Boah ist da eine feine Milch gewesen Echt geh doch Da brichst du echt ins Essen näher Was ist Was ist Er von uns so Ist halt da ein Herbert Als ob Das wird auch nirgendwo sofort passen Na natürlich passt das nicht Warum auch So muss das Ungefähr Die frage wäre Geht da mit dem auch nicht Unbedingt Aber der müsste theoretisch dann So ungefähr Ich weiß natürlich ob das grün jetzt sein muss Oder worden das hätte ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ähm Gehen die wohnen eigentlich Ah die gehen auch aneinander Okay Ich hab nix gesagt Aber Mir fehlt trotzdem was Natürlich wie cool wenn der hier so schräg eingehen würde Nein geht da nicht Oder ich müsste Aha Warte mal Aha Ich glaub so geht das Tatsächlich Ich glaub so geht's Ich glaub das rote brauchen wir gar nicht Das eine Töck 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 Nö brauchen wir noch nicht Sehr gut Eins weniger Und auch weiter Uh Coole Sache Gut Dann Sind wir bei Verdächtiger Inhalt Level 13 Das fassen wir uns nach unten hin Okay, da soll irgendwas gefährliches sein sein. Ich könnte mir schon vorstellen, was das ist. Nimm dir einen Seil aus dem Bauteil und klicke auf den Orangenpunkt, um beide Enden anzumitten. Ah, okay. Das ist, ähm, aha. Aha, aha, aha. Wir brauchen hier auf jeden Fall schon mal ein Zahnrad, das ist klar. Wir müssen sehr wahrscheinlich dieses irgendwie da rüberschwingen. Und ich würde mal einfach mal die mittlere testen, was nicht geklappt hat. Dann testen wir einfach, hallo. Das war mal die lange, das lange. Nein, die gilt erst recht nicht. Alles gut. Dann, die wird aber auch nicht funktionieren. Dann muss die mittlere sein. So, der haut den weg. Das heißt, wir brauchen da irgendwie ein Brett. So. Da geht auch so. Auch schön. Alles klar. Stück an der Brücke. So, dann brauchst du da, du da. Na, guck mal. Brauchst du gar nicht. Das Brett. Äh, die Kugel. Egal. Funktioniert. War relativ einfach. Fand ich jetzt nicht so schwer. Erste Ballonbefahrung. Oh, der erste Ballon ist. Mal gucken. Kollegen will mich testen und ich will, äh, das habe ich hoch in die Luft, aber ich will das sehen, dass du genauso clever bist wie ich. Hilf, Havi, dabei, ach, äh, hier, ganz hoch in die Lüfte zu steigen. Also der muss da hoch. Darum rollt eine Kugel los, okay? Da ist ein Luftballon. Da rollt eine Kugel los, die da hingeht. Das heißt, das Ding muss wahrscheinlich ausgelöst werden. Wir haben da ein Seil. Weil mir gerade gar nichts bringt. Denn wo soll ich hier was dran hängen? Wir haben Zahnräder. Wir haben ein Schaufelrad. Können wir auch nichts bringen. Das ist natürlich toll, wenn man nicht weiß, wo man... Ach ja, okay. Aber die können auf... Ah. Okay, das macht Sinn. Das gab es schon vorher bei Crazy Machines mit den Eimern. Das egal, wird klar. Aber was dann? Weiß ich noch nicht. Ah, die müssen dann da rüber. Ah. Ähm, Farbe ist jetzt... Kugel. Kugel, Kugel, Kugel. Ich hab keine Ahnung, wie wir das jetzt rüberkriegen. Wie können wir dann da rüber? Dass der runtergedrückt wird hier. Oder rollt die Kugel jetzt da rüber? Oder da durch? Ich weiß es nicht. Muss man gucken. Die Antenne ist da da geil. Bisschen groß, ey. Ne, rollt er nicht. Der neuen Ballon? Ne. Hier? Ah. Räder sind wir da. Dann würde ich fast sagen, irgendwie Tschauferrad oder so. Bist du da rüber? Ne, auch nicht. Alles klar. Ähm. Burt bringt mir Wohlfahrt. Sag bitte da runter. Dann wäre der auf. Aber hier, da ist, fehlt immer noch was. Schaufelrad. Schaufelrad. Mm. Da bist du auch noch so umdrehen, Alter, bist du so rumdrehen. Da rum. Da. Geht das? Aber die Frage ist, wie? Der bewegt sich gar nicht. Ach, alles klar. Darum bewege ich das hier nicht. Ah, guck mal, das geht. Okay. Dann gehst du bestimmt hier hin. Der Harvey kommt da rüber. Der macht das da hinten auf. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das Ding da unten bewegen. Das muss auch irgendwo bewegt werden hier. Hm. Aber wenn ich den auch wirklich bedrehen würde, bringt mir nix. Oh. Das bringt mir gar nix. Ich glaube, er müsste eben... Warte mal. Das Ding muss da rüber. So, die Kugel haben wir im Prinzip schon. Den Harvey haben wir auch schon im Eimer. Und wir haben jetzt nichts mehr, außer das Schaufelrad. Im Prinzip war noch das. Weiß ich nicht, ob das da jetzt unbedingt hin muss. Der Ballon. Genau, der müsste so... Dann, genau, da dreht sich dann das Schaufelrad. Das Problem ist... MC Schaufelrad müsste den ja hier auslösen. Das Mauskorn, wenn er das jetzt so geht. Der bewegt sich dann nicht, alles klar. Weil er nämlich eins zu weit ist. Und jetzt bewegt er sich, aber der kommt noch nicht dran. Okay. Aber und er ist jetzt nicht zu kurz. Das heißt, das ist... So wiegt es so Millimeterarbeit, glaube ich. Tatsächlich. Dass der auslöst. Und ähm... Jetzt löst er mir den hier aus. Den dann bewegt. Und wieder zu kurz. Ne, zu kurz wäre er nicht, aber der ist zu niedrig. Hm. Jetzt kommt er mir nicht dran. Ich kann dir nicht einen weiter wegstellen. Dann kommt er nicht mehr ran, der Schaufelrad. Äh. Kann der sich nicht irgendwie da noch ein bisschen rüber bewegen? Der Teil? Ah, ne. So nicht. Hätte er sein können, ne? Hätte er sein können. Was will ich sie rummachen? Auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Hm. Hm. Nee, der muss anhören. Definitiv. Mindestens. Also der muss mindestens so hängen. Mindestens so muss der hängen. Weil sonst kommt der da nicht mehr dran. Das kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das so ist. Nee. Kommt er jetzt gleich nicht mehr dran. Das bringt mir gar nichts. Weil da kommt der Datenschüler nicht mehr da dran. Vor allem ist er sowieso jetzt zu weit weg. Oder aber. Moment. Hallo. Danke. Ich würde den noch kippen. Warum kippt er sich jetzt nicht? Da kippt er sich nicht, ne? In die Richtung. Machen wir die Zahnräder, ja. Das eine machen wir auf jeden Fall. Verdammt. Das wird auf jeden Fall gebraucht. Aber der muss definitiv da unten irgendwie hin. Das ist aber. Das ist doch richtig kacke, ey. Moment. Schaffe ich das, dass der blöde Reifen gerade bleibt? Bobblich blöd manchmal, ehrlich. Funktioniert. Wie Bolle, ne? Ich gar nicht. Ach, ich weiß auch. Ich sollte vielleicht da noch ein dritter Zahnrad noch dahin hängen. So, schauen wir mal. Es funktioniert wohl. So, Harvey fliegt in die Luft. Sehr schön. Huh. Gut, hat funktioniert. Dann würde ich sagen, wie immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten würde ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, zu einer Runde. Crazy Machines Nummer 3. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, zu einer Runde. 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 Vielen Dank.